Der soll einfach das machen, was er in Mainz gemacht hat und was er im Training tut die letzten Wochen. Fußball spielen, intuitiv Fußball spielen. Natürlich war das am Samstag ein wahnsinns Erlebnis für Ehren. Das ist er, glaube ich, steht ja vollkommen außer Frage mit seinem ersten Bike-Kontakt, bei seiner ersten Kader-Nominierung, bei seiner ersten Einwechslung gleich ein Tor zu machen. Und dazu, und das möchte ich noch mal erwähnen, das war kein Glückstor. Also wenn man sich das genau anguckt, ist die Flanke hervorragend von Thais, aber auch die Bewegung, wie er sich vorher in den Rücken des Abwehrspieler bewegt, um aus dem Sichtfeld zu kommen und dann vor ihn zu gehen im letzten Moment. Das war schon auch sehr, sehr gut gemacht von Ehren. An dem Abend, glaube ich, wird er nicht viel geschlafen haben. Da gehe ich von aus, wird eine Menge Nachrichten bekommen haben, wird eine Menge WhatsApp zu beantworten gehabt haben. Aber am nächsten Tag im Spielersatztraining wirkte er schon wieder sehr konzentriert, hat ein gutes Training absolviert. Aber grundsätzlich habe ich ja auch schon am Samstag gesagt, er ist ein sehr geerdeter Junge, ist er sehr zurückhaltend auch insgesamt, sowohl in der Kabine als auch von seinem Wesen her. Und ich mache mir wenig Sorgen, dass er da jetzt durchdreht in irgendeiner Form, überhaupt nicht. Sondern ich werde es ihm heute auch noch mal sagen, er soll jetzt auch nicht sich zu viel Gedanken machen, sondern er soll das auch mal ein bisschen einfach laufen lassen. Weil es gibt einfach so Phasen, die sind toll, die sind schön und jetzt nicht anfangen darüber nachzudenken, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt tun, wie muss ich mich da verhalten. Einfach machen! Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo wieder mal eine schwierigere Phase kommt und dann sprechen wir viel miteinander. Weil dann kommt es, glaube ich, darauf an, ihn zu fördern. Jetzt soll der einfach machen. Der wird jetzt keine dramatischen taktischen Aufgaben kriegen, der wird keine dramatischen Einzelgespräche kriegen, sondern der soll einfach das machen, was er in Mainz gemacht hat und was er im Training tut die letzten Wochen. Fußball spielen, intuitiv Fußball spielen und das genießen, was momentan in seinem Leben passiert. Weil das ist was sehr, sehr Schönes. Wir sprechen jetzt auch nicht mit Ehren Dinschi, weil er jetzt in der Bundesliga gespielt hat und direkt sein Tor gemacht hat, sondern wir haben ja davor schon auch was in ihm gesehen, dass er diese Qualitäten, dieses Potenzial in den nächsten Jahren dann eben auch bei uns wirklich fest in der Bundesliga spielen zu können, dass er das eben auch mitbringt. Es ist auch so, dass wir seinen Vertrag, obwohl er hier erst seit eineinhalb Jahren bei Werder ist, zwischenzeitlich auch schon mal angepasst haben, auch dort seine Leistungen letztendlich auch schon honoriert hatten und wir uns natürlich grundsätzlich sehr, sehr gut vorstellen können, dass er spätestens nächste Saison wirklich ganz fester Bestandteil des Profikaders ist. Bei den Verträgen mit den jungen Spielern ist es häufig eben auch so eingeplant, dass sich Leistungen und Erfolge letztendlich auch ein Stück weit honorieren, dass dort durchaus auch vielleicht eine Umwandlung in einem Lizenzspieler-Vertrag ja jetzt auch schon vereinbart sein könnte, nach gewissen Kriterien. Und die hat er bis jetzt noch nicht erfüllt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das in den nächsten Wochen oder Monaten ganz automatisch auch passiert.